So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO. Und ich habe lange überlegt, ob ich dazu jetzt ein Video machen soll oder nicht, denn ich kann ja eh keine Safari-Zone mehr spielen in dem Sinne. Weil aus dem Grund, ich bin ja Free-to-Play unterwegs, Safari-Zone, meiner Meinung nach, aber immer das Problem, es gibt keine Tickets im In-Game-Shop, die man so erwerben konnte und auch an Freunde weiterschicken konnte, so wie das bei einem Community-Day-Ticket vielleicht ist oder bei anderen Tickets, Safari-Zone sind ja richtige Events, wo du über den Event-Tab direkt ein Ticket mit Kreditkarte selber kaufen musst und kannst das eben nicht verschenken oder weitergeben. Wenn mich nicht alles täuscht. Bei anderen Sachen war das auch manchmal so, bei den Go-Fest-Sachen haben sie es ja so gemacht, dass du trotzdem das jetzt ingame einfach machen kannst, wo man es kaufen kannst, verschicken kannst, verschenken kannst, sonst hätte ich das Go-Face dieses Jahr auch gar nicht spielen können. Das heißt, ich selber kaufe mir ja nichts und da man das nicht verschicken und verschenken kann, kann ich auch kein Ticket bekommen. Und selbst wenn ich eins bekommen würde, könnte ich nicht spielen, weil es ja nicht bei uns ist. So, hm. Und Riegel war ja für den Account natürlich, dass man auch nur Sachen fangen darf, die es bei uns gibt, weil alle mal gesagt haben, oh, da ist ein Event, das ist kostenlos in was weiß ich, da könntest du ja hin und könntest dort mal was machen und zeigen, was es da gibt. Fanden die meisten aber doof, fand ich dann auch doof, hab gesagt, das ist nicht bei uns und weil es nicht bei uns ist, ist es halt einfach nicht bei uns. Fertig, lass mal das weg. Ich habe jetzt immer noch keinen Mehikel, auch wenn immer jeder beim Glückstausch sagt, ich brauche Mehikel, gib mir mal eins. Und ich sage, Digga, woher? Ich habe keinen Mehikel, das gab es nur bei Safari-Zone. Bei uns war keine Safari-Zone. Wenn hier Safari-Zone Gera, wie damals, vor 100 Jahren. Und da ist mein Mehikel. Und es wäre möglich, an ein Ticket zu kommen, ohne dass man selber dafür bezahlt. So blöd es klingt. Dann wäre das eine Überlegung und eine Option, okay. Aber ich will trotzdem mal drüber informieren, denn es gibt ja viele Reisende oder Leute, die gerne ins Ausland fliegen, auch komplett, ne. Die sagen, für ein Mehikel tun die alles. Safari-September in Pokémon Go, Live-Events in Jakarta, Indonesien und in Cheon, Südkorea. So, das sind also drei Sachen, aber zwei verschiedene Dings. Am besten den Titel einfach schreiben, Mehikel kommt zurück. Und dann drehen alle durch. Aufgepasst, im September erwarten euch jede Menge Live-Events in Pokémon Go. Lest weiter, mache ich doch. Pokémon Go-Stadt-Safari, Jakarta. Jakarta, am Samstag, der 21. September und Sonntag, der 22. September. Im Rahmen von Pikachus Indonesien-Reise. Hm, das ist schlimm. Diese komische Reise beinhaltet ja auch immer diese komischen Mega-Raids mit Mega-Latias, Mega-Latios. Die schlimmsten Raid-Bosse, die es je gab. Aber deswegen habt ihr auch so viele fliegende, komische Sachen mit dabei. Also, außerdem, Stadt-Safari, Safari-Zone, Stadt-Safari, ist doch wieder was anderes als Safari-Zone. Jetzt reicht's, da blickt noch einer durch. Ihr begegnet Pokémon wie fliegenden Pikachu, Tropius, FM, die beim Pokémon Luft-Abenteuer dabei sind. In Jakarta erwarten euch aber nicht nur Abenteuer mit neuen Freunden. Neben anderen seltenen Pokémon habt ihr die exklusive Chance, auf eurem Abenteuer in der pulsierenden indonesischen Metropole Mehekel zu begegnen. Weil das jetzt nicht zum Luft-Abenteuer gehört, sondern dann eben wieder zur Safari-Zone. Und deswegen ist es jetzt einfach die Stadt-Safari, damit ihr in die Luft geht und dann alle drehen durch. So, ob ihr in Jakarta lebt oder zum ersten Mal da seid, freut euch ein drittes Po-Denkmäler-Geheimtipps-Dings. Da steht jetzt nicht viel mehr, aber da gibt's eine extra Seite dazu. Und wenn du die nämlich jetzt mal aufmachst, siehst du hier schnell Ticketpreise. Das könnt ihr selber nachgucken, aber ich möchte nur mal die Pokémon nochmal zeigen. Diese Pokémon-Go-City-Safari, die gab's ja bisher schon. Ich glaub, Barcelona war da auch was. Da sind viele dort gewesen, um sich eben auch so einen Pikachu zu sichern mit diesem Forscherhut. Was natürlich dann auch entwickelbar war, was auch shiny sein konnte. Wo du alle Eboli-Stufen in shiny mit Forscherhut bekommen konntest. Besondere wilde Pokémon sind dann hier auch aufgelistet. Bisaflor, Glurak, Turdok, fliegendes Pikachu mit Ballons, mehrfarbig. Oder diesen besonderen Ballons, wo wir so dachten, das ist das EM-Pikachu. Auch mit Batik-T-Shirt dabei. Miraplak, Rivelning, Kada, Tropius. Sieht auch richtig genial aus als shiny. Driftlon, Plauderguy. Oha, richtig genial. Kaumalad, mega genial. Praktibalk, genial. Litomilf, Castadur, Mehigel. Auch als shiny natürlich. Also wie gesagt, ich habe doch gar keins. Nicht mal einen Pokédex-Eintrag. Ich hätte mir sogar, glaube ich, eins tauschen lassen können. Ich habe gesagt, nee, es kommt bestimmt irgendwann mal zu uns. Was denkt ihr? Irgendwann kriegen wir doch alles. Irgendwann mir hiegelt sie day und dann kann es sich plötzlich entwickeln. Wer kann sich das eigentlich entwickeln? Ich weiß es gar nicht. Bestimmt. Wahrscheinlich kann es sich selbst schon... Bitora, Rokara, FM, Pepec und Kommandutan. Also da seht ihr solche Sachen. Auch besondere 7km-Eier hier mit Tropius, Plauderguy, Kaumalad, Mehigel. Besondere 2km-Eier mit Pichu, Togebi, Mantirps. Da steht noch so viel Zeug drin. Was ich aber trotzdem nur grob überfliegen möchte. Auch hier mit diesem Ticket-Boni alles. Also wenn ihr euch ein Ticket da kaufen wollt, dann kennt ihr euch ja wahrscheinlich eh aus. Aber mal für die Leute, die jetzt da nicht so drin belesen sind. Das brauchst du auch hier alles nicht. Das ist auch alles wurscht. Und ihr seht, so viel Wurscht ist hier. Jakarta, Jakarta, Jakarta. Okay, da steht noch hier. Stage-Zone, da tanzen sie dann nackig als Pikachu. Fun-Zone, da gibst du deine Kinder ab, damit du dann Spaß haben kannst auf dem Go-Fest. Auf dem Dings. Wieso stehen da aber 50 Städte und hier steht immer nur Jakarta? Bin ich jetzt doof? Jakarta, Indonesien. Achso, das ist einfach nur die nähere Bezeichnung. Achso, ja. Das ist Jakarta in Indonesien und dann Incheon in Südkorea. Und in Indonesien, das ist an das Flugabenteuer gekoppelt. Incheon, Südkorea. Habt ihr jetzt aber hier unten nochmal einen kleinen Extra. Die Safari-Zone in Incheon. Safari-Zone mochte ich eigentlich immer. Ist ja irgendwie cooler als dieses Luftabenteuer. Die Pokémon-Go-Safari-Zone in Incheon findet von Freitag, dem 27. September bis Sonntag, den 29. September, im romantischen Songdo-Zentralpark in Incheon, Südkorea statt. 27. bis 29. September. Ist also im Prinzip eine Woche später. Also wer da reist, der kann bestimmt einfach alles mitnehmen. Der Ticket-Verkauf hat bekommen. Das ist die zweite Safari in Südkorea. Sie können es kaum erwarten, hier alles niederzubrennen. In Incheon, wo Zukunft und Tradition nur wenige Schritte entfernt liegen, trefft ihr Pokémon wie Drassla, Wolbit, Ilumise, Tane. Drassla, Tane? Super. Wolbit, Ilumise, wer es braucht, mit etwas Glück begegnet ihr auch. Schüler nennen Icognito C und einem Schüler nennen Mehikel. So. Da habt ihr ja hier schönes Bild drauf. Super. Und da gibt es aber auch nochmal einen extra Artikel, den man hier runterscrollen kann, wo man nochmal ein bisschen was sieht. Ist auch nicht so teuer. Ach so, das ist übrigens die andere Seite. In Indonesien, da stand alles einfach Deutsch. Und hier, in Südkorea, steht der Artikel alles komplett nur Englisch. Und ich bin jetzt einfach mal auf, irgendwie ins Deutsch übersetzen gegangen. Kann also sein, dass das alles komisch klingt. Mit Pochemon. So, genau. Hier habt ihr Pokémon in der Safari. Pikachu trägt einen Safari-Hut. Sehr schön. Das heißt, das ist keine Stadt-Safari. Da gibt es keine Evolies mit Hut. Dafür gibt es hier wieder Pikachu. Dann habt ihr Poliwak und Voltorb. Ihr habt der Jesus Voltorb. Ich lese es einfach vor, wie es da steht. Machi-Kar-Wuppa. Woppa. Doppel-Woppa. Paldean. Woppa. Ikognito finde ich lustig. Ich bin nicht eigen C. Und dann nicht eigene N. Dann haben wir Rals, Slakot, Ilumise, Volbid, Fibas, Klambal, Beldum, Ostsee, Shellos und Westsee, Shellos, Karablast, Skihelm, Skihelm, Stunfis, Galarian, Stunfis und Skiddo. Wie Ditto, einfach nur Skiddo. Ja, also Rals, Trassler also cool. Natürlich hier Tarnel, richtig cool auf jeden Fall. Und wenn du vor Ort bist und acht Stunden einfach die gleichen Spawns hast, wie in Dortmund damals, Safari-Zone, dann ist das einfach halt richtig cool. Da kannst du dir auch irgendwelche komischen Zusatz-Add-ons machen. Aber ja, wenn ich da leben würde, würde ich auf jeden Fall da hingehen, würde mich auf Tarneln und Trassler konzentrieren, würde mir ein paar Skiddos holen und dann durch den Fleischwolf drehen. Das also nur mal am Rande. Merkt euch, die Daten steht ja auch nochmal hier. Werder jetzt sagt, oh ja, cool, hätte ich gar nicht mitgekriegt, danke fürs Video, da hüpfe ich gleich hin. Also am 21. September bis 22. September, Stadt-Safari in Jakarta, Indonesien. Wo es dann auch natürlich wieder Mega-Rates gibt. Da fahre ja noch so viel... Ach, das... Ne. Und vom 27. bis 29. September, die Safari-Zone Incheon in Südkorea. Tragt's euch eigen in den Kalender. Aber bitte fragt nicht, ob ich Rates für Zuschauer mit... Mit Mega-Latia, so Mega-Latios mach. Es ist ein Krampf. Man hat damals 10 Leute eingeladen. Und zu 10 haben sie es nicht geschafft. Und dann hat man es irgendwann... Nochmal probiert und nochmal und nochmal und da... Oh, da sind schon 20 Leute drin, da lade ich euch. Ach, geht ja nicht. Hm, ich bin nicht reingekommen. Hilfe, bam. Also das war so schlimm. Aber wer unbedingt Mehikel möchte, indem alle Mittel rechts sind, nutzt die Gelegenheit, wenn ihr noch keins habt. Oder bringt 5 Stück mit und verlost sie an die Community. Letztens wurden ja auch 5 Ballon-Pikachus verlost an die Community vom Luftabenteuer. Vielleicht hat ja jemand Bock, 5 Mehikel oder 10 Mehikel oder 50 Mehikel mitzubringen. Mit einem kleinen Account, mit einem Nebenaccount. Könnte ich ja selber machen, aber ich sage es euch, wie es ist. Ich habe einfach absolut keine Zeit mehr für solche Scherze. Früher habe ich mir den Arsch aufgerissen. Jetzt können wir gerne uns gegenseitig helfen, aber ich kann nicht mehr alles machen. Ich mache meine Streams und Videos und so, aber ich renne da jetzt nicht rum und hole da irgendwie so Zeug raus. Wer so ein paar Mehikel sammeln möchte und verlosen möchte, könnte mir Bescheid sagen. Vielleicht kriegt man das ja hin. Da freuen sich bestimmt auch der ein oder andere, der keins hat. Ansonsten war es das mit dem Infovideo. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Ciao.